Was war das für eine verrückte Super-League-Saison? Ohne Fans in der Stadien, Spielabsagen, Spielverschiebungen, dann hier wieder Quarantäne, dort wieder etwas, was dazwischen kam mit dem Coronavirus. Und ganz viele Geschichten auf dem Platz und bei einigen Vereinen selbstverständlich auch neben dem Platz. Wir wollen zurückschauen auf die Saison ohne Anspruch auf die komplette Vollständigkeit. Grüß euch miteinander, ganz herzlich willkommen zum Heimspiel, willkommen bei uns in der Runde. Wir haben unsere beiden Fussball-Experten Dani Gigax und Pascal Zuberbühler bei uns am Tisch. Die haben natürlich dutzende Spiele bei uns mit angeschaut, analysiert und studiert im Studio. Und Zubi sei zum Eingang dieser Sendung. Ibe war überragend, aber andere Vereine haben geboten, ist doch sehr enttäuschend gewesen. Zubi, schön bestanden. Freut mich auch. Hi Stefan. Dann nehmen wir Dani, der seht, trotz leeren Stadien. Diese Saison, was natürlich traurig war, war für den Fans doch noch cool, dass bis zum Schluss eine gewisse Unterhaltsamkeit stattgefunden hat. Dani, auch dir ganz herzlich willkommen. Merci auch. Machen wir auf spontan. Was fällt euch von dieser Saison besonders gerade ein, so auf einen Erstdrücker, wenn man so schaut, dass die Saison gleichwohl gut über die Bühne ist, finde ich? Ich finde es auch. Ich habe es ja schon im Zitat angesprochen. Also man darf nicht vergessen, es ist alles ohne Zuschauer über die Bühne gegangen. Und von daher muss ich wirklich sagen, dass die ein oder andere Match wirklich noch ziemlich unterhaltsam gewesen sind. Wir sind beide aktiv gewesen und wir wissen, was so die Supporters hinter dem Goal oder auch auf der Tribüne ausmachen können, wo vielleicht noch den letzten Zweck reinbringen kann. Und ich muss sagen, es hat wirklich coole Match gegeben, unterhaltsame Match gegeben. Und dass es bis zum Schluss noch spannend war, war es wirklich schade von meiner Seite. Und ich denke auch von vielen anderen, dass es keine Zuschauer im Stadion gab. Wenn man diese Saison 10 Jahre fragt, was wird er denn sein? Ich glaube, bei Dani sagen, spannend gegen Hindern. Du schaust nicht gegen Führer. Was vorne abgegangen ist, war alles andere als spannend. Da kann man dann noch diskutieren. Ich muss auch von meiner Seite noch ein riesiges Kompliment machen, allen Akteuren, allen Trainern, die jetzt hier während dieser Zeit riesige Arbeit geleistet haben. Also ich kann mir nicht vorstellen, wenn du ein Stadion einlaufen und du hast keine Fans mit ihnen. Also ich würde nicht mehr Fussballer sein, glaube ich. Es war wirklich super von dem her, ganz klar. Aber eben den 31 Punkte Abstand, das gibt mir schon ein wenig zu denken. Gut, die einen warten darauf, dass man sie anfeuert, dass sie sie pusht, die anderen warten darauf, dass man sie auspfeift. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Ja, aber das ist doch das Schönste. Das ist doch super. Wenn sie auspfeifen wird, ist es ja auch schön. Dann muss sie sie so weit bringen, dass sie sie wieder selebrieren. Das ist natürlich das Andere. Aber sonst, das gehört doch dazu. Die Emotionen gehören doch dazu im Stadion. Wegen den Zuschauern. Bevor wir den Saisonrückblick gehen, sind die Zuschauern vielleicht auch dann entscheidend, wenn du als Gegner die Zuschauern gegen dich hast? Bei Klubs, in denen es dann vielleicht hinterher geht, vielleicht die eigenen Supporter. Aber noch viel wichtiger wird, wenn du als Gegner im Stadion bist und zwölfmal gegen dich hast. Das ist möglich. Das kann ein Unsicherheitsfaktor werden. Das ist ganz klar auf die einen Seite. Man hat eine Mannschaft natürlich in der Super League, die vom zwölften Mann dann auch wirklich klebt, die schon in der Vergangenheit ein bisschen anders auftreten sind als in dieser Saison. Und wenn du als Gast irgendwo hinkommst und die Walze mit dem ganzen Stadion über dich rüberfährt, dann gibt es schon Mannschaften, die wahrscheinlich früher anders reagiert hätten als noch jetzt in diesem Stadion, wo es natürlich keine Zuschauern gehabt hat. Als Einzelspieler? Der, der ab und zu noch etwas extra ausmacht. Du hast es auch immer gerne gespielt, wenn sie ausgepfiffen haben, oder? Ich würde lügen, wenn es nicht so wäre. Schauen wir, wie schnell die Buchhaltung geht. Schauen wir, wie schnell alle auf Stand bringen, bevor wir da eintauchen. Dann die erste Thematik. IB vorne weg, grün eingefärbt, 31 Punkte der Vorsprung. Und dann das breit gefächerte Mittelfeld mit dem Absteiger, mit dem FC Faduz. Und ganz oben wollen wir thematisch einsteigen. Die Überlegenheit vom BSC IB, die Dominanz, 31 Punkte Vorsprung. Eine Demütigung, vor allem für den FC Basel. Mit diesen Ambitionen, mit diesen Ansprüchen. Darf man das Wort Demütigung? Zuerst, bevor wir über das diskutieren, muss ich auch ganz klar sagen, eine riesen Saison, was IB geleistet hat. Das ist überragend, überragend. Wir haben ein paar Fakten dazu. Red nur weiter, wir zeigen dir dazu. Wenn man die Fakten jetzt gerade sieht. IB ist die Dominanz, wie es gespielt hat. Man sieht auch Goal geschossen, wenigstens Goal kassiert. Das ist natürlich immer sehr wichtig. Und bei vielen Malen an der Pederspitze war. Nur zweimal verloren. Unglaublich. Und vor allem noch, wenn wir gerade noch schnell gestern schauen, spielen sie in Lausanne. Steht sie irgendwann 2-2. Sie müssen es ja nicht mehr. Sie müssen es ja nicht mehr. Aber weisst du, was sie machen? Sie ziehen es durch. Sie gewinnen noch den letzten Match. Und das zeigt halt schon den Charakter der Spieler. Den Charakter im Verein. Und wir wollen einfach den letzten Match auch nicht gewinnen. Und den Trainer gut abschippen. Absolut. Man kann man nicht hoch genug loben, was er dort geleistet hat. Aber das zeigt für mich halt schon, da ist eine Mannschaft und da hat es Charakterspieler drin, wo, wo, ja, darum ist auch, ich bin so ganz klar der Überflüger. Aber wir können natürlich dann noch über die anderen noch reden. Das ist ein anderes Kapitel. Das Wort Demütigung gegenüber dem FC Basel mit hohen Ambitionen zu schwer, wie man das sagt? Darf man es sagen? Gut, es ist natürlich auch etwas passiert beim FC Basel. Das darf man nicht vergessen. Auf die einen Seite eben. Wenn man ein bisschen nostalgisch wird und ein bisschen zurückschaut zu den grossen Zeiten, in denen ich noch gegen den FC Basel mit Zubi spielen durfte, das war schon etwas anderes. Und wenn man das im Hinterkopf hat und eigentlich auch jetzt das Kader von jetzt, wenn ich das sage, vom FC Basel anschaut, der eigentlich richtig interessant ist, das hat man jetzt vor allem gegen Schluss gesehen, wie sie teils das Match gespielt haben und wirklich super auftreten sind, tut das, glaube ich, dort hinten in Basel schon ein bisschen weh, wenn man jetzt wirklich die Tabelle noch einmal anschaut und sieht, wie viel Rückstand das man auf IB gehabt hat. Ja, mal geschaut, das hat der Bayern München gegeben, der auch schon über 20 Punkte vorsprungen hatte. Einer ist 25, aber 31, das muss man also wirklich suchen. IB hat 50 Spiele gemacht zwischen dem 26. August und dem 21. Mai. Im Schnitt ist das alle fünf Tage ein Match. Das hält die Leistung für mich noch einmal auf eine andere Stufe. Dann stellt sich die Frage, sind die anderen schwächer geworden, oder ist IB im Vergleich zur letzten Saison noch einmal eine Spur besser geworden? Ja gut, IB hat es schon vom Scouting her, da stimmt ja alles in dem Verein. Wir bilden die Spieler aus, wir bringen sie in den Verein, wir lassen sie spielen, wir rotieren. Gerardo Cervantes hat das hervorragend gemacht, wie er rotiert hat. Ja, da gibt es andere Trainer, die das weniger gemacht haben, vielleicht auch nicht die Möglichkeit gehabt haben, aber er hat das super hergekriegt und haben dann die Spieler wieder verkaufen können. So muss es eigentlich sein im Schweizer Fussball. Es ist ja so, dass wir einfach eine gute Liga haben, mit guten Spielern, die man ausbildet, und dann sollte man es wieder freigeben und sollten den nächsten Schritt machen. Aber da gibt es natürlich andere Vereine, die das komplett verpassen. Der König von IB ist übrigens hinter dir, oder der Königsmacher, zusammen mit einem ... Genau, das ist ja auch eine. Ausser der Köp, wo man raus ist, wo man sich, glaube ich, Grosso hat auf die Fahne geschrieben, um das Double rumzuholen, ist die perfekte Saison gewesen? Ich finde schon, dass es die perfekte Saison war. Und ja, ich meine, ausserstehend sagt man immer, ja, aber es ist klar, IB mit diesen Möglichkeiten, mit diesen Spielern, ja, aber du musst auch wirklich dreimal, vier, beziehungsweise viermal hintereinander Meister werden, weil das ist nicht selbstverständlich. Du hast es vorher noch angesprochen, die vielen Matches, die man hatte, auch das, was Zubi gesagt hat, mit dem vielen Rotieren. Klar kann man sagen, ja, aber wenn der DDS setzt, dann hat man ein gleiches Niveau. Aber du musst dann auch als Trainer, und da muss man wirklich Jerry Seouan einen Kranz binden, weil, wie er das gemacht hat, du musst immer jeden Spieler bei Laune behalten, dass wenn er dann wirklich zum Einsatz kommt, dass er dann auch wieder die Performance abliefert. Und das haben sie sensationell gemacht. Die Kaderzusammenstellung ist phänomenal. Man hat praktisch auf jeden Bevorstehenden, oder ich hätte jetzt wahrscheinlich noch gesagt Ausfall, kann man sofort reagieren. Fast eins zu eins. Man holt immer wieder Spieler nach, die man dann irgendwann verkauft. Es kommen junge, interessante Spieler nach, die nicht einfach innen gerührt werden, sondern die wirklich auch wieder in das Schema passen, dass man mit dem anderen dann wieder funktioniert. also, wie es dazu schon gesagt hat, sie machen sehr, sehr vieles richtig, aber eben, man muss dann schlussendlich auch noch mit so vielen Punkten Abstand wirklich auch noch Meister werden. Und das ist wirklich sensationell. PS nicht auf den Boden gebracht, hat der FC Basel ein Wort, wo er in Sinn kommt, wenn du auf die Saison schaust, vom FCB? Nicht ein Wort, da habe ich ein Buch. Ich habe mir leid. Sorry. Aber das Wort Chaos kommt wahrscheinlich drinnen vor. Nein, da habe ich jetzt vorhin gesagt, zurückzuschauen. Basel, wunderbare Zeiten. Ja, wunderbar. Aber es ist auch ein bisschen unfair, man kann ja nicht immer zurückzuschauen. Ja, wir müssen ja jetzt die Situation auch mal diskutieren und anschauen. Und da ist jetzt halt einmal etwas passiert, das in einem Verein nicht passieren darf. Da sind zu viele, zu viele Umstände, negative Sachen passiert. Auch mit Bernhard Burgener, der neu angefangen hat. Ja, okay, da ist jetzt wach abgegangen. Was ich scharf finde persönlich, ist, dass man es nicht hergebracht hat mit dem Fan. Wenn ich das gesehen habe, das Bild, ich habe es immer noch da rein geprägt, wo die Fans gehen, wo die Saisonkarte zurückgehen, das ist für mich etwas, das ich nicht verstehe. Okay. Das ist ja der letzte Schritt, den ein Fan macht. Das ist der letzte Schritt und das ist aber etwas ganz brutal. Ich weiss, was heisst FCBasel-Fan zu sein und wie wichtig das ist. Aber jetzt, wir müssen jetzt nicht wieder in den alten Gruben herumgrübeln, jetzt ist ein David Degen der Saison. Aber Zubi, wir wollen ja hier zurückschauen, auf die Saison. Ja, ja, schon zurückschauen, aber wir können ja schon ein bisschen vorwärtsschauen. Aber er ist heute ein bisschen sanft unterwegs. Ich bin nicht sanft, ich habe schon ganz klar gesagt, was ich davon halte, was abgegangen ist. Das haben sie verpasst, das haben sie nicht hergekriegt, das ist nicht gegangen. Okay, jetzt hat man da einen Umbruch und jetzt gibt es eine neue Motivation. Aber die Neuführung mit David Degen, Christian Gross usw. mit Basler wieder zurück, die müssen jetzt etwas zeigen. Der Druck ist noch grösser, wie eigentlich vorhin war, als Bernhard Burger mit seinen Leuten angefangen hat. Der absolute Tiefpunkt in dieser Saison oder einer der absolute Tiefpunkte mitten in dieser Schlammschlacht ist natürlich das Video hier, das eben ohne Fan des FC Basel mitgefilmt hat. Die neue Führung macht was? Und die neue Führung macht was? Sie will die Scherben auf? Zum Beispiel in dem Fall, wo die alte Führung nicht gemacht hat. Die alte Führung hat nicht kommuniziert, oder hat nicht einen offenen Brief als die neue Führung gemacht an Valentin Stocker, der sich Karl-Jodermatt entschuldigt, der sich den Verein auch entschuldigt. Wenn die zum Beispiel Klasse als die neue Führung das so an die Hand nimmt. Ja, und ich meine, es ist nicht einfach irgendjemand, der das gesagt hat, sondern es war eine FCB-Legende, der das gesagt hat. Institutionspasel? Ja, und wie man sie jetzt gerade gehört hat, er hat ja nicht einfach geredet, sondern es war sehr bestimmend, als er das gesagt hat. Und ich sehe zu wenig darin hinein, aber ich finde, was jetzt die neue Führung gemacht hat, finde ich eigentlich gut. Ich finde das allgemein immer gut, gegen Foren zu kommunizieren, auf die Probleme zu gehen, die versuchen zu bewältigen, nicht irgendwie das probieren, hinterher nur irgendwie zu machen, sondern es zeigt eine solche neue Strategie, wo die neue Leute fahren, also wirklich gegen offen, vor, geradeaus, rauskommunizieren, dass das gerade wieder so schnell wie möglich bereinigt werden kann, weil das wäre dann schon ein bisschen im Dunkeln gelegen und hätte vielleicht noch ein paar Leute irgendwie beschäftigt. Und jetzt ist das erledigt, jetzt haben sie das gemacht und dass sie dann in der neuen Saison wieder angreifen können. Warnstein Stocker hätte es auch in der Basler-Zeitung erklären können und hat auch die ganze Beurlaubung vom Tisch. Man hat den Eindruck, die neue Führung Zubi, in Sachen Nachwuchs macht man etwas, der CEO ist zurückgetreten, heute hat man gesagt, dass diverse Spieler, unter anderem Klose, Kalulu, Fanderwerf, Abraschi, keine Zukunft mehr haben im Verein. Man hat das Gefühl, der grosse Aufraum hat angefangen. Und da macht man scheinbar von nichts am Halt? Es muss. Es muss. Ein ganz grosses Aufraum stattfinden. Und es wird noch mehr aufgehäumt werden. 100 Prozent. Es kann nicht sein, dass man das jetzt einfach so ... Ja, wir können es jetzt schon sagen, man hat das jetzt gut einmal verpackt und die negativen Sachen. Aber das ist immer noch. Das ist immer noch überall drin. Also das, was wir vorne gesehen haben, das war eine Aussage. Aber es gibt so viele Aussagen, so viele Sachen, die falsch gelaufen sind. Und jetzt kommt es darauf an, wie es dann aufräumen. Also jetzt die neue Führung um David Egin und um Christian Gross rum. Das hat gestern angefangen. Also schon von vorne angefangen. Aber gestern, bei dem wunderbaren Spiel im Turbion runter. Und man kommt 4-0. Man kommt unter 3. Jetzt kann man sagen, es geht doch um nichts mehr. Was geht um nichts mehr? Es geht um nichts mehr. Das sind genau die Matches. Du weisst es selber. Es sind genau die Matches. Du musst auf dem Platz stehen. Und dann würde ich sehen, hey komm, wir sind in Basel. Wir zeigen dir jetzt. Jetzt wollen wir da nochmal einen guten Abschluss haben. Ja. Und dann können wir die Saison vergessen. Und dann schauen wir auf die neue Saison und greifen wir wieder an. Aber du kannst doch nicht so 4-0 abschlachten lassen. Also das ist für mich... Ja, v.a. mit einem Spiel, in dem dann schlussendlich klar kann, den Match zu gewinnen. Ich rede jetzt nicht um das. Ich rede jetzt einfach für Basel selber. Wir reden jetzt um Basel. Es ist eine Entscheidung auf dem Spiel. Und das ist für mich Charaktersacht. Ein Charaktentest. Ganz klar. Und das ist für mich... Boah, okay. Sicher, der neue Trainer, Patrick Rahman, der Ciro Sforza ersetzt hat, der hat einen Schwung hinein gebracht. Ja. Sie haben der Resultat erzielt. Aber gegen den Schluss hat es auch wieder ein bisschen angefangen. Was ist jetzt? Wir haben hier nicht mehr so gut gespielt, hier nicht mehr. Und jetzt am Schluss 4-0. Das war für mich wieder etwas. Ich habe das Spiel extra angeschaut gestern. Und wir müssen jetzt nicht mehr über das Spiel reden. Aber das ist schon etwas, wo wir wieder einen Alarm locken, rufen. Weil dann vielleicht eine Mannschaft, wie es der Zubi antieht, Tani, mit dieser Mentalität oder mit diesem Charakter gestern nicht einfach Anfangsaison einen komplett anderen Charakter hat? Es wirft einfach ein schlechtes Bild auf das ganze Konstrukt. Nicht nur auf... Auf die Spiele vor allem? Ja. Ich meine, es hat einfach nicht so den Auftritt von der Mannschaft von Patrick Rahman jetzt von den vorherigen Matchen gepasst. Überhaupt nicht. Weil ich hatte auch das Gefühl, jetzt ist wieder, wie es der Zubi gesagt hat, es ist wieder ein bisschen ein Ruck durch die Mannschaft gegangen. Sie sind wieder sehr dominant aufgetreten, wie das ein FC Basel eigentlich macht. Im Hinterkopf. Der grosse FC Basel. Und der Match jetzt... Jetzt passt einfach nicht zu dem Bild von vorher. Und jetzt wäre es vielleicht aber schon auch noch gut gewesen, vielleicht mit einem positiven Ergebnis dann auch wieder aufzuhören. Klar, man ist Zweiter, man ist in den Rängen für die Conference League, aber der Anspruch von diesem grossen Klub sollte es eigentlich nicht sein. Und ich habe das Gefühl, dass auch der Anspruch hätte solle sein, dann wirklich auch mit einem positiven Resultat dann aufzuhören, um dann, wie du sagst, dann wieder ein bisschen mit dem Schwung in die neue Saison reingehen. Und das wirft halt, wie Zubi auch gesagt hat, das wirft jetzt halt einfach wieder ein bisschen... Ja, es passt irgendwie zu dem ganzen Tor Uwa-Bohu, das jetzt halt in der Vergangenheit war, passt es dann eben gleich wieder. Gut, der Gabriel konnte noch Torschützenkönig werden. Von dem hast du auch nichts gesehen gestern. Also in dem... Ja, hätte er da mehr bedienen können. In dem Thema hätte er unterstützt. Wir werden ihm die Bälle zuspielen. Ein bisschen schauen, hey komm, unser Teamkamerad, ja, ja, der will man schauen, dass er Torschützenkönig wird und so. Nein, hat man nicht gesehen. Body language von den einzelnen Spielern wollen wir nicht diskutieren. Aber ich würde nur noch sagen, unterschätzen den Fans des FC... von Basel nicht. Unterschätzen den nicht. Und genau solche Sachen, wie du das vorhin gesagt hast, so ein 4-0, das ist einfach noch irgendwo drin. Und die ganze Saison, was da abgegangen ist, das ist auch noch irgendwo drin. Der Basler-Fan kommt wieder ins Stadion, ich hoffe dann wieder mit ganz vielen Leuten. Ja. Aber die werden nicht von Anfang an wieder super, alles ist gut, alles ist gut. Nein, nein, nein. Das ist, das ist deine. Wenn ein Basler-Fan hersteht und das Ticket abgibt, Saisonkarten abgibt, dann ist für mich das, ach, das ist... Sie schauen dann, wenn die neue Saison kommt wieder ganz genau an. Ganz genau. Das letzte Mal haben sie wirklich, wie sie dort unten gespielt haben im Walliszone, wie tun sie jetzt wieder auftreten von Anfang an? Und wenn sie jetzt gestern gewonnen hätten, dann hätten sie gesagt, gut, wir gehen mit einem guten Gefühl in die neue Saison hin, ich freue mich richtig drauf. Und jetzt ist halt einfach wieder so eine leichte Skepsis. Den Eindruck, den nimmst du mit über die ganze Sommerpause, natürlich. Und der letzte Eindruck war überhaupt nicht gut. Wenn man so auf die grosse Reste schaut. Interessant, letztes Jahr ist St. Gallen mit 68 Punkten auf dem zweiten Platz gewesen, dieses Jahr ist es der FC Basel mit 53, das hat letztes Jahr um für Platz vier oder Platz fünf ungefähr gelangt. Und dann nehmen wir den Absteiger, der mit 36 Punkten direkt runter musste. Das hat es auch noch nie gegeben, so viele Punkte. Also man hat angehäuft und dann gleich runter musste. Die grosse Reste. Jeder konnte jeden schlagen. Das war natürlich spannend zum Zuschauen. Der FC Faduz hat die halbe Liga in den Abstiegssumpf mit reingezogen, in den Abstiegskampf. Aber doch nur, weil keiner so richtig hat die PS auf den Boden gebracht. Warum nicht? Gut, in dieser Situation muss man natürlich auch ganz klar sagen, FC Faduz 20-21. Das war natürlich fantastisch, was er abgezogen hat. Super. Also ich muss auch sagen, ich war auch der, der es im 20-Jährigen kritisiert hat. Ja, das hast du ja schon gehört. Wirst du einer von denen, die Büchel gesehen hat? Sehr Respekt hinter mich gemeint. Goalie Kollegen, das ist ja schon gut. Aber sie haben wirklich im 20-Jährigen nicht das gezeigt. Ja, es hat gut ausgesehen. Jedoch der letzte Match, ich weiss noch ganz genau, der letzte Match im Dezember in Genf unten, holt es ein 1-1. Und das war natürlich über die Winterpause ein positives Resultat. Und was nachher im 20-Jährigen abgegangen ist, muss ich sagen, Hut ab. Am Schluss hat es nicht mehr gelangen, vom Power her. PS hat nicht mehr gelangen. Wir haben es gemerkt, sie sind wirklich, sie haben glaube, sie waren über dem, über dem, über dem Limit, als sie gespielt haben. Sie haben wirklich fantastische, wie du richtig sagst, Steff, sie haben ein Riesenmatch gezeigt, sie haben den ganzen Rest ins Elend reingezogen. Angst und Schrecken, Frau Breit. Aber jetzt schlussendlich halt, und es ist hart, mit so vielen Punkten, dass du jetzt direkt absteigst. Wir haben den Präsident des FC FADUZ, Patrick Burgmeier, später noch per Skype zugeschaltet. Danni, der ganz grosse Kuchen, wo es so eng ist, zu und her gegangen, war das Niveau, das nicht so gut war. Die Achterbahnfahrten, die x Mannschaften durchgemacht, die haben ja etwas ausgeprägter als andere. Auch Corona geschuldet, Anzahl Spiele geschuldet? Das ist ein Faktor, den die Zuschauer immer wieder vergessen, auch der Fussball-Fan. Das hat schon eine grosse Rolle gespielt, wirklich. Sie mussten so viele Matchs in kurzer Zeit spielen, zum Teil haben sie wirklich ganz, ganz traube Wochen hinter sich gehabt. Es sind, man muss sich vorstellen, auch vom Staff. Ja, und Quarantäne-Fälle zum Teil. Dann sind wieder Spieler ausgefallen, die Verletzungen von der Verletzung redest gar nicht, wenn vielleicht mal einer wieder ausgestiegen ist, weil er das Gefühl hatte, okay, jetzt bin ich zwei Wochen weg gewesen, steige ich wieder ein, der Trainer will eigentlich auf ihn bauen, dann bringt er ihn wieder, dann verletzt er sich. Es gab schon viele Faktoren. Normalerweise, wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre vielleicht schon die eine oder die Mannschaft vielleicht ein bisschen stabiler gewesen. Aber so hat man einfach immer wieder gesehen, dass die Mannschaften wieder zwei, drei gute Match hatten, dann sind sie wieder ein bisschen eingebrochen. und das hat es jetzt natürlich für uns Fussballfans auch extrem spannend gemacht, aber natürlich für die Klubs war es eine sehr, sehr intensive Zeit. Du machst gerade die Handbewegung, oder? Wenn man die Formkurven anschaut, die Sachen von Zürich zum Beispiel, dann sieht man natürlich, wir können Zürich, Luzern und Lausanne mal reinnehmen. Das ist natürlich schon hoch und runter gegangen. Und so wie es Dani sagt, was ich interessant finde, was wahrscheinlich von aussen zu wenig in Betracht gezogen wird. Wir sprechen zwar schon von vielen Spielen oder Corona ohne Zuschauer, aber was die Spieler, was der Trainerstaff muss leisten, gerade wenn sie eben auf eine Tabelle haben geschaut, wo man zwar sagt, das beeinflusst uns nicht, aber die Unkonstante, Fatouz, die von hinten kommt, das muss man glaube schon noch raus streichen, dass da alle Mannschaften einen Top-Job haben gemacht mit dieser Überlastung. Absolut. Das habe ich am Anfang gesagt von dieser Sendung. Das ist ein riesiger Job. Also ich kann mir es nicht vorstellen, in dieser Zeit jetzt, die Trainerstaff, das ist wahnsinnig, was die Fans einen Job gemacht haben. Ganz klar. Hast du zum Teil auch kaum trainieren können mit englischen Wochen, wo die Regeneration gross muss schreiben, das nächste Spiel muss vorbereiten? Ja, wir denken nochmal sehr, wie die Kämpfer war mir jetzt gerade im Kopf präsent gewesen, wo irgendwie, was haben sie irgendwie drei Trainings gemacht und dann mussten sie von Anfang an spielen und keiner wusste, du wolltest etwas vorbereiten und keiner wusste, wo stehen wir jetzt. Und dann haben sie nicht so schlecht angefangen, dann sind sie wieder runtergefallen, dann wieder hoch. Und ich finde, sie haben wirklich auch ein sehr interessantes Kader. Zum Teil sehr attraktiver Fussball gespielt. aber eben, ich meine, Alain Geiger ist so ein erfahrener Trainer, der schon so lange dabei ist, aber manchmal hat man auch wirklich auch bei den Interviews gesehen, dass er damals gar nicht gewusst hatte, wie Antwort auf gewisse Fragen, weil er überhaupt nicht gewusst hat, wo stehen jetzt einzelne Spieler, weil der wieder weggefallen ist und der andere wieder einsetzen musste. Also es war extrem schwer für alle Beteiligten. Sie haben einen riesen Job gemacht, sehr wie Genf. Hinter Basel, best of the rest, ist ja nicht einfach Glück. Nein, also das, was sie dann gezeigt haben, du hast gesagt, Alain Geiger, wow, hat einen riesen Job gemacht. Wenn man diese Mannschaft anschaut, ja, das Kader anschaut, dann muss man sagen, wow, Genf hat das wirklich... Ja, die Art weise Fussball spielen. Ja, die haben Fussball gespielt und es war auch eine Überraschung, Alain Geiger ist eigentlich auch ein Trainer, der immer die gleichen spielen lassen hat. Am Schluss sind sie langsam eingebrochen, man hat auf einmal immer 4-5 Goal bekommen, in einem Match. Aber das ist normal, das ist legitim. Wir reden jetzt nochmal über das spezielle Jahr mit Corona und alles zusammen, aber das muss man in Kauf nehmen. Da muss man halt so offen sein, als Trainer, als Hauptverantwortlicher in einer Fussballmannschaft, dass man halt so Sachen in Kauf nehmen muss. Aber wie Sie das gehandelt haben, das ist fantastisch und sind Dritter geworden. Das ist eine riesen Leistung. mit den europäischen Plätzen, wenn du schon von Trainern redest. Es gab jahrelang sicher nur drei Trainer mit Manja, mit Sforza und mit Fabio Grosso. Ein bisschen Corona geschuldet, dass die Klubs eher ein bisschen mehr Geduld haben? Sie? Ja, also ich glaube schon, dass man vielleicht ein bisschen länger an den Tränen festgehalten hat, weil eben halt einfach, wir haben es vorher angesprochen, einfach die Mannschaft immer so ein bisschen unkonstant gespielt hat. Auf die andere Seite habe ich es irgendwo durch auch, ja, soll ich sagen, schön. Ich weiss schon, das Business ist brutal. Es ist extrem erfolgsorientiert, das ist ganz klar. Aber man hat sich so als Aussenstehender auch in der Vergangenheit hat man sich manchmal ein bisschen mehr gewünscht gehabt, dass man vielleicht ein bisschen mehr Geduld mit den Tränen gehabt hat, dass man nicht aus den Kanonen geschossen hat. Aber klar ist natürlich, wir waren jetzt gerade beim Anlage eigen, dazu bin ich jetzt angesprochen, es war so schwer für die Trainer gewisse Entscheidungen zu treffen, mit den Spielern, die gefehlt haben, mit den Spielern, die ausgefahren sind. Und von daher war es vielleicht gar nicht so schlecht, dass man ein bisschen länger an den Trainer festgehalten hätte in dieser Saison. Das ist ein guter Punkt, vielleicht hätte man auch etwas daraus gelernt als Vereinsverantwortlicher. Wenn du den Druck im Stadion hast, dann hast du 30'000 Leute, pfeifen dich aus und der Druck dann immer mehr auf dich, und jetzt musst du etwas machen. Was macht man? Ein Trainer. Irgendetwas machst du, und das ist der Trainer. Das ist immer der Trainer. Ja, der Trainer muss weggehen. Und da sind wir in der Schweiz ja im Ranking sehr hoch bei der Trainerentlastung, weil es ja unglaublich ist. Und ich finde, dann ist das richtig, dass man da etwas länger Geduld hat. Weil ich aber das Gefühl habe, z.B. beim FC St. Gallen, wo so lange gut gelaufen ist, und man zusammen mit dem FC Zürich Jahrestabellen letztes ist, sieben oder acht Spiele in Serie zum Teil nicht mehr gewonnen hat. Ich glaube, jetzt beim FC St. Gallen, wo man einen Plan hat, wo man auch in dem ganzen Abstiegsstrudel gesehen hat, wir haben einen Plan, und dann ziehen wir durch. Ich glaube nicht, dass dort ohne Corona eine Zeit entlassen wurde, weil dort weiss man, dass es Heu und Hot nichts bringt. Ja, man hat ja langfristig mit den Planen gehabt, man hat ja wirklich, wie du gesagt hast, man hat eine Idee, sonst hätten wir ja nicht so einen langen Vertrag gemacht, und man darf nicht vergessen, jetzt, ja klar, in St. Gallen, wenn wir jetzt die, es ist ein bisschen verglicher mit der letzten, eine kleine Enttäuschung war, aber wenn wir einmal die Abgewänge, die sie hatten, gewichtet und mal gesehen. Aber weisst du, in einem anderen Klub, in der gleichen Situation wie sie waren, hätte vielleicht etwas gemacht? Ja, vielleicht, ja, aber ich glaube, das hätte dann nicht zu der Führung gepasst. Wenn man so ein bisschen die Führung mitbekommen hat, wie sie sich äussert gegen aussen, was sind solche Strategien, die sie sich auch fahren, muss ich wirklich sagen, das hätte ja nicht dazu gepasst gehabt. Und man hat probiert, die gewichteten Abgänge irgendwie zu kompensieren, das hat halt nicht so funktioniert, und trotzdem haben wir nicht angefangen, irgendwie wild um sich zu schiessen, sondern man ist wirklich, man hat dem Trainer das Vertrauen gegeben, man hat auf die Mannschaft gebaut, hat nicht irgendwelche verrückte Transfers gemacht und irgendwie einen geholt, sondern man hat mit dieser Mannschaft gearbeitet. Klar, man konnte jetzt nicht an die Erfolge von letzten Jahren anknüpfen, aber sagen wir es so, man ist ruhig geblieben und es ist von aussen betrachtet irgendwie, macht es das irgendwie noch sympathisch. in Lugano mit dem Iacobaci, in Lausanne mit dem Contini hat man auch wahnsinnig guten Job gemacht, Luzern mit der Aufholjagd, also da ist richtig gut gearbeitet worden. Jetzt gehen wir schnell ins Dabauende, oder schnell, etwas, wo wir darüber reden müssen. Was hat für euch am Schluss jetzt der Ausschlag gegeben, dass der FC Faduz in die Challenge League zurück muss? Ja, ich sehe es nochmals, im 2021 haben sie so einen hohen Pace gefahren. Es ist unglaublich, was sie da geleistet haben. Nochmal, das kann man nicht hoch genug loben. Die sind verwandelt zurückgekommen. Mario Frick hat einen riesigen Job gemacht mit seinem Stuff. Die Spieler sind über die Eichhine ausgewachsen und jetzt am Schluss hat man gemerkt, es waren einfach mühe. nicht die Spieler beim FC Faduz, die genau wissen, ob sie gegen den Abstieg oder gegen den Aufstieg oder wie. Das sind die Spieler, die jetzt noch im Saft sind. Die sind in der besten Zeit der Karriere. Und die haben von mir aus gesehen wirklich alles gegeben, was sie konnten, gefighten bis zum Schluss. Aber jetzt am Schluss hat man gemerkt, jetzt konnten sie nicht mehr. Das ist leider so. Wenn wir die Punkte anschauen, die Tabelle zeigt schlussendlich genau auf, wie sie sich präsentiert haben. Und so viele Punkte gehörst du ja eigentlich in die Super-Liga hin und steigst nicht ab. Und jetzt begrüssen wir ganz herzlich bei uns in der Runde den Präsidenten des FC Faduz, Patrick Burgmeier. Merci vielmals, nehmt ihr euch Zeit. Schönen guten Abend. Gerne. Hallo miteinander. Zubi hat sehr lobende Worte natürlich über das Kalenderjahr 2021. Da könnt ihr euch leider nichts davon kaufen. Wie ist es denn so mit der Nacht dazwischen den Abstiegen? Wie ist eure Gemüse- und Gefühlslage? Ja, sehr ernüchternd. Also es war gestern wirklich ein bitterer Abend. Vor allem, wenn man in Gesichtern unserer Spieler und unserem Staff nach dem Spiel schauen musste. Es war sehr viel Enttäuschung herum. Aber ja, bei mir ist es so, der Blick geht schon wieder nach vorne. Und ja, wir müssen uns aufstellen. Es gehört zum Leben dazu. Und wir gehen es relativ positiv an. Heisst das Aufstehen, Schütteln, Kronen richten und die neue Saison planen? Heisst das sofortiger Wiederaufstieg? Ja, es ist leichter gesehen, als er gemacht hat. Also ich glaube, wir müssen es realistisch sehen. Wir sehen es jetzt, in dieser Saison mit mit Gesamax, wie schwierig das so ein Abstieg ist. Und ich glaube, mit unserer Ausrichtung und mit unseren Möglichkeiten müssen wir einfach am Boden bleiben. Wir haben in der Challenge League sehr gute Ligen. Wir haben mit Thun oder sie, je nachdem, wer dann nächstes Jahr dort spielt, mit Aarau, mit Winterthur, Stadlosen Uschi, Gesamax. Also du hast extrem viele gute Teams, die sicher auch alle um ihren Aufstieg mitspielen. Darum müssen wir am Boden bleiben. Aber ich bin mir aber überzeugt, dass wir nächstes Jahr eine gute Mannschaft in den Wettkampf schicken. Heit ihr gewisse Indizien schon, dass ihr sagen könnt, dass ihr das Geräusch von der Mannschaft zusammenhalten könnt? Ja, Stand jetzt haben wir 23 laufende Verträge. Die sind auch für die Challenge League gültig. Und uns ist aber auch bewusst, nach so einer Saison, dass sich der eine oder andere Spieler sicher auch in Fokus gespielt hat. Und das würden wir jetzt anschauen, was in den nächsten Wochen passiert. Aber ich sage jetzt mal, das Geräusch der Mannschaft sollte sicher stehen bleiben. Was wichtig wäre, oder? Absolut. Aber das zeigt halt schon, dass sie halt auch schon, wir haben das schon mal das Thema gehabt, wenn wir das gehört haben, dass die Verträge schon verlängert worden sind. Man hat schon die Planung hinein für die nächste Saison. Also für Dutz ist das sehr, sehr professionell vorgegangen und schon in die Zukunft geschaut. Und darum ist das ein absolut grosses Plus, wie sie jetzt eigentlich dastehen. Wobei ganz klar die Enttäuschung klar gross ist, dass man absteigt. Badrich Burgmeier, Spieler haben sich in den Fokus gespielt. Ich denke an Joel Schmid, vielleicht können die Justo aber auch vom Trainer gehört man immer wieder, was dieser für einen Job hat er gemacht, der Mario Frick. Der ist für höchere Berufe. Gibt es schon Anfragen? Hat er schon Telefon bekommen, als man den Trainer wegschnappt? Ja, bis jetzt nichts offizielles. Aber klar, ich glaube, der Mario hat mit seinem Trainer Stab, da kann ich mir alle dazu, einen riesen Job gemacht, wie es ihr vorher auch schon angesprochen habt. Ich glaube, er hat aus den Möglichkeiten, die wir haben und uns bewusst war, wirklich das Maximum rausgeholt. drei Spieler, die vielleicht die Superliga-Erfahrung haben. Und alle anderen sind wirklich aus der Challenge-Liga- Aufstiegssaison dabei geblieben. Und es zeigt einfach, wie er mit diesen Umständen umgehen kann, wie er die Spieler motiviert hat und an die Leistungsgrenze bringen konnte. Und auch mit den taktischen Finesen. Das muss ich schon sagen, das hätte er extrem gut können. und ja, für mich ist es noch viel süchtbar, wenn er sich vielleicht im Fokus von einem anderen Verein gespielt hat. Sag jetzt mal. Daniel, du bist selber Trainer, was uns bei Blu immer wieder, wie es die letzten paar Wochen auch gesagt hat, wahnsinnig beeindruckt hat, mit welcher Klarheit Mario Frick hat gesprochen, auch uns gegenüber, wie authentisch und ehrlich er war. Er hat kritisiert, er hat gesagt, wenn etwas nicht gut ist, aber man hat nie das Gefühl, kann er die Schuld von sich schieben oder er hat die Mannschaft schlecht, mir hat das unglaublich auch beeindruckt. Das musst du dir vorstellen, wenn er so kommuniziert innerhalb des Teams. Jeder Spieler weiss immer, was auf ihn zukommt, wo er steht, in welcher Position er ist. Und man hat auch das Gefühl, oder man weiss auch, wenn er die Interviews geht, wie er rüberkommt, dass er eine klare Linie verfolgt. Und er ist zwischenmenschlich, ist er extrem toll und extrem gut. Plus, mit dem Background, den er hat, jeder Spieler nimmt ihm das ab. Er ist einer der erfolgreichsten leichtersteinischen Fussballer, die es je gegeben hat. Und wenn du dann den Background mit den Erfahrungen, die er hat, zusammen mit dieser Menschenkenntnis und mit der Art und Weise, wie er als Person ist und wie er mit den Spielern umgeht, dann das alles zusammen vermischt, dann wundert es mich nicht, was man jetzt gesehen hat, dass er aus dem Ex-Challenge-League-Verein dann wirklich so eine kompetitive Mannschaft gefunden hat. Weil man darf nicht vergessen, also ich persönlich, und das meine ich jetzt nicht böse, aber ich hatte sie letztes Jahr in der Challenge-League nicht auf der Rechnung. Und plötzlich, plötzlich sind sie da gewesen. Plötzlich sind sie aufgestiegen. Und dann hat es geheissen, jetzt sind sie in der Superliga, ganz klar, schau dir mal den Verein an, schau dir mal das Budget an, die werden absteigen. Und hat dann so angefangen in der Vorrunde. Und was sie jetzt eben, wie es der Zubi schon angesprochen, geleistet haben, und was er mit dem Staff und alles so angebracht hat, mit so wenigen erfahrenen Superlig-Spielern, wie jetzt der Präsident gerade angesprochen hat. Also das ist phänomenal. Und wenn sie mit dem Konstrukt wieder in die neue Saison reingehen, sind sie für mich einer der Top-Favorite, um wieder aufzusteigen in die Superliga. Und mit diversen Sachen geschafft, Patrick Burgmeier, die wir noch nicht geschafft haben. Zürich geschlagen, Basel auswärts geschlagen. Jetzt die neue Saisonplanen. Es tut weh, abzusteigen. Aber Mario Frick hat gestern gesagt, wir können etwas daraus lernen. Sind das die Sachen, die er mitnimmt? Er hat mich vorhin auch gesehen, er hat die halbe Liga in Angst und Schrecken verwandelt. Er hat richtig Spass bereitet. Sind das die Sachen, die man darauf aufbauen und entsprechend Sachen auch mitnehmen kann? Ja, und ich glaube, das ist das, was wir vorher angesprochen haben, dass man mit den Tugenden, die wir in die Wokschale zu werfen, doch auch mitspielen kann. Und es nicht noch schlussendlich ums Geld geht. Und das ist uns für diese Saison sehr wichtig zu sehen. Und eine schöne Botschaft, die man mitgegeben kann. Aber ja, schlussendlich ist es einfach für jeder persönlich auch eine extreme Erfahrung zu sehen. Ich glaube, es hat jeder selber einen Schritt weitergebracht diese Saison. Und uns als Verein natürlich auch. Und ich glaube, auch für die Ausserdarstellung. Ich hoffe, und ich denke auch, so was wir mitbekommen haben, hat der Verein sehr viel Sympathie gewonnen. Man kennt das nicht immer so im Detail. Und darum freut es mich auch, wenn es auch positive Stimmen gibt und auch positive über uns berichtet wird. Und ich hoffe, dass wir auch in der nächsten Saison wieder positive Schlagzeilen schreiben können. in den letzten Jahren haben wir richtig für die Unterhaltung gesorgt. Dafür möchten wir uns bedanken. Wir wünschen euch alles Gute für die kommenden Aufgaben, die da warten. Und toi 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 für die nächste Saison. Danke vielmals Patrik Burgmeier. Danke euch vielmals. Danke euch vielmals. Richtig stark. Auch hier wieder. Wir stehen hin, wir stehen ab, wir stehen hin. Etwas Interessantes, was Mario Frich gestern noch gesagt hat, vielleicht haben wir den Fehler gemacht, dass wir den Fokus nicht mehr einfach auf die Barrage gelegt, sondern plötzlich mit dem Platz sieben oder acht haben gespinselt. Ist das wirklich ein Fehler oder ist es nicht legitim, wenn du nachgerannen bist? Ich würde es so sagen, wie du gesagt hast, es ist doch legitim. Die Spieler, siehst du, jetzt hast du aufgeholt, jetzt bist du nicht mehr auf dem letzten Platz, jetzt bist du auf dem 9. Platz und siehst du gegen den Führer, boah, das ist nur noch ein Punkt, das ist nur noch zwei Punkte. Du kommst dorthin, ist doch normal, dass du das so anschaust. Ähm, als Trainer, ja, du probierst schon immer wieder die Spieler ein bisschen zu bremsen und wieder voll fokussiert auf den nächsten Match, das ist wieder ein neues Spiel, du probierst, die Mannschaft einzustellen und ich weiss schon, was Mario Frich damit wollte, aber, ich finde, das ist, boah, das ist eine harte Selbstkritik, die man da jetzt verübt hat. Aber, wie es Patrick Burgmeier auch gesagt hat, es ist auch gelungen, dass man mit einem kleinen Budget, das haben sich die anderen, grossen Super League-Clubs auch ein bisschen können, wahrscheinlich eine Scheibe davon abschneiden, dass er Geld keine Goals schiesst und sie wahnsinnig viel Spass hat gemacht. Der FC Vaduz, der also in die Prag.ch Challenge League muss absteigen. Jetzt ist natürlich die Frage, was passiert mit dem FC Sio, in der Barrage und das Thema Barrage, wo da vielleicht Vor- oder Nachteile sind, werdet Danny und Zubi als Favorites gesehen in die Barrage reingehen, darüber reden wir schnell eine kurze Pause, dann sind wir wieder zurück. Willkommen zurück im Heimspiel mit Danny Gigaxon und mit Pascal Zuberbühler. Wir reden über Barrage natürlich auch. Wir reden zuerst über den FC Sio, und dann gab es einen Moment, wo man 0-3 verloren hat, Mitte April. gegen Vaduz hat Matteo Tosetti doch verbal kleine Bomben gezündet. Ja, vielleicht hätten wir einfach so eine Leistung nicht gezeigt, vor allem Moral und Leidenschaft. Das haben wir ein bisschen vermisst heute. Und so wird es extrem schwierig, vor allem weil wir letzt sind. Und von dann an hatte man das Gefühl, dass die Mannschaft zusammengerückt. Die Mannschaft hat gemerkt, um was es geht und ist eben zur Mannschaft geworden. Was man nicht immer sieht in Sio. Ist das vielleicht so der Wake-up-Call gewesen, die Niederlage, die es gebraucht? Ja, vielleicht beim letzten oder beim hinterletzten Spieler, das dann irgendwie noch ein bisschen geläutet hat dahinten, weil, und dass man sich dann vielleicht besinnt hat, zum sagen, schaut einmal in dieser Kabine umeinander, schaut einmal, was wir im Team haben. Und wir sind jetzt da im Ländler und verlieren 0-3. Wir sollten eigentlich nicht in dieser Lage sein, wir sollten eigentlich nicht auf dem Tabellenplatz sein, wir sollten um diese Jahreszeit eigentlich gar nicht mehr dort hinten rumspielen. Und ja, es ist manchmal interessant, was Matches auslösen können, was Zitate auslösen können, was Veränderungen auslösen können. Aber zum guten Glück jetzt für das FC Sion ist es nach dem noch passiert, weil sonst man kann sich gar nicht vorstellen, Schnelles- und Traditionsverein irgendwie in der Challenge liegen. Das Momentum ist doch auch noch wichtig für eine Barrage. Zubiläge falsch, wenn ich sage, wenn man sonst in eine Barrage kommt als Super League-Club, ist das vielleicht eher negativ behaftet. Jetzt aufgrund der Dramatik, Sion am letzten Spieltag nicht in die Barrage geschafft, dann sind die wahrscheinlich auch mit einem positiven Gefühl unterwegs. Was hast du das Gefühl? Was spricht für Sion? Nebst dem Kader, der natürlich individuell, wenn man es mit Thun vergleicht. Also wir sind in der Barrage. Barrage ist Barrage und das ist immer nicht gut. Also man kann nie zufrieden sein. als Verantwortlichen vom Verein, wenn wir in die Barrage reinkommen. Ja, aber der CC hat gesagt, gestern sind wir auf dem Sterbebett gelegen und heute sind wir immerhin auf der Sion. Seit den letzten drei Saisons war er immer 8. und jetzt in der vorletzten Saison 8. Und jetzt sind sie in der Barrage. Also, was für Sion spricht, ganz klar, ist, dass jetzt ein neuer Drive in dieser Mannschaft ist. Wir haben gestern Rolf Ringer auch eine gute Aussage gemacht. Guillaume Mouarro. Ich bin eigentlich nie einer, der sonst einen Spieler lobt. Aber der ist jetzt genau ... Der ist einer, der weiss, wo das Goal ist. Wir hätten ihn reinbringen können, wir hätten ihn in den Spiel gebracht. Er bewegt sich vielleicht nicht so viel, aber wenn er dann gebraucht wird, dann wird er gebraucht und die Spieler, die krallen neben ihm, der blüht auf. Der schiess Goal um Goal und das ist halt ein Spieler, der ihm sehr gut tut am ganzen Gefüge der ganzen Mannschaft und dann hat man auch noch, das ist auch noch ein kleines Detail, aber Kevin Fick kennt schon, der wieder zurückgekommen ist als Goalie. Als Nummer 1 hat natürlich auch einen grossen Nachteil daran, dass das FC Sia jetzt in die Barrage hineingeschafft hat. Also Sia ist für mich der Favorit, sage ich ganz klar vorweg. Und der FC Thun wird da ganz ... Es wird einen heissen Fight geben, aber Sia ist für mich der Favorit. Thun, der vor einem Jahr war die gleiche Situation nicht erlebt, in einer umgekehrten Ausgangslage, in der Barrage als Superleague-Klub Wenn man den Saisonstart anschaut, den Trainer wechselt, Marc Schneider ging, Bernecker hat übernommen, hat man Anfang der Saison an Barrage natürlich immer unterschrieben. Und auch Globice ist mir richtig froh, dass man in die Barrage hineinkommt. Was können die in die Waagschale werfen? Wenn man die beiden Kader vergleicht, dann ist die Favorit-Rolle natürlich klar verteilt. Was müssen die in die Waagschale werfen, um zu bestehen? Übrigens, in vier von elf Barrage-Austrägungen ist der Unterklassik hochgekommen. Nicht überragend viel. Nein, aber ich meine, dazu bin ich vorhin schon angesprochen. Also wir dürfen ... Den Faktor hier oben dürfen wir nicht vergessen. Also Sion, klar, totaler Favorit. Für mich auch, wenn man sich alles ein bisschen global anschaut. Aber man darf nicht vergessen, die Spieler, die haben dann da im Hinterkopf schon ein bisschen. Oh, ich will dann aber nicht zu denen hören, die dann mit der Mannschaft irgendwie absteigen. Und eben, es sind zwei Matches total offen. Thun hat in einer keinen einfachen Challenge-League-Saison es durchgezogen. Und obwohl sie, klar, noch näher dran waren, um vielleicht dann sofort direkt aufzusteigen und auch noch Tiefschläge hatten bis zwei, drei Spieltage vor Schluss, haben sie sich trotzdem gefangen. Die können jetzt auch in die Barasch-Spiele reingehen und sagen, hey, wir haben jetzt nichts zu verlieren. Und jetzt kommt ein richtig geiler Gegner, der extrem viel zu verlieren hat. Und wir können befreit aufspielen. Und André Skerber hat es vor ein paar Tagen noch gesagt, wir dürfen aufsteigen. Also es ist nicht ein Müssen, wie zum Beispiel jetzt BGC, der unbedingt aufsteigen musste, sondern sie dürfen aufsteigen. Klar, jetzt sind sie in den Barasch, jetzt wollen sie auch hoch. Aber der Druck ist ganz klar auf der Seite der Walliser. Lassen wir uns schnell die Vereine so sagen, wie die beiden Vereine in die Barasch-Begegnung hineingehen. Wir haben noch zwei Spiele. Also wir haben, wie gesagt, das absolute Minimum gemacht. Und es sind noch zwei Spiele. Der Sieg heute bringt uns nichts, wenn wir die nächsten zwei Spiele nicht annähern, also die gleiche Leistung Minimum auf den Platz bringen. Zweimal. Wir haben es letztes Jahr erlebt, aber in der umgekehrten Situation ist es sicher viel schwieriger gewesen. Wir hatten sehr viel zu verlieren, jetzt haben wir sehr viel zu gewinnen. Von daher denke ich, das ist das, was wir uns erhofften. Natürlich wäre es wunderschön direkt aufzusteigen, aber jetzt müssen wir uns noch erkämpfen und ich denke, wir haben gute Chancen, aber wir werden es sehen. Und wenn man noch denkt, was alles passiert ist. Anders Gerber hat auch gesagt, der Präsident ist weg, er hat übernommen. Also da ist man noch gar nicht fertig mit den Sachen wieder in die Tornung zu tun und hat also die Gelegenheit wieder aufzusteigen. Am Donnstig und am Sonntag seht ihr die beiden Paraspiele, das Erspiel und das Zurückspiel selbstverständlich bei uns bei Bluesport. Am Donnstig am 8 Uhr und am Sonntag am halben 4 Uhr, wo es losgeht. Wenn ich euch kurz und bündig um eine Antwort bitte. Spieler von der Saison ist für mich ... 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